herzlich willkommen zu einer neuen folge wir werden jetzt mal ein wenig karte erkunden ich bin jetzt level 13 also bei 15 haben neun punkte noch verfügbar habe ich auch noch mal ein und ich habe mir jetzt doch noch mal die pöbel station noch mal gemacht weil die lohnt sich denke ich mal schon auf dauer es ist halt wie es nicht angenehmer da hat man halt weniger probleme mit dem essen also wie man aussieht es ist mehr als genug da gut also ich habe mir ich habe mich schon da bisschen vorbereitet wir haben essen wir haben den speck für die xp genug pfeile sauerstoff wasser noch nicht aber das holen wir gleich ansonsten würde ich sagen fahren wir ich wollte gerade sagen fahren wir los ja genau dann laufen wir mal oder vielmehr gesagt wir reiten raus er folgt mir schon machen wir hier nochmal das voll aber wasser dürfte ja eigentlich nicht das problem sein so wir ich würde sagen wir tun mal hier oben ein bisschen umreiten und das muss man schon mal etwas sehen würde sagen am besten am rand dann kann man auch sehen wo wo höhlen sind müssen wir halt nur aufpassen mit denen mit dem bären weil hier habe ich letztes mal erst ein gesehen der hier unten war aber wir sind ja relativ zügig also ich muss sagen der ist wirklich wirklich sehr schnell da ist schon sehr krass nachteil und das habe ich mir schon fast gedacht ich wusste es vorher auch noch nicht dann läuft ein bär ja das ist ein bär da hinten das ist ein pferd ich wusste vorher auch nicht ich zeig es mal ganz schnell wir haben halt können weniger tragen aber das war ja irgendwo auch klar gewesen dass die das wäre ja ultra wenn die viel tragen könnten und auch noch schnell sind ich mache mir nochmal ein bisschen salz nehme ich mir mal mit so man sollte nicht immer zu oft zu viel rennen das waren immer genug reserve an ausdauer man hat wenn es mal wirklich drauf ankommt wenn es mal wirklich drauf ankommt dass man dann wirklich zügig wegrennen kann das sollte man halt wirklich drauf achten gerade wenn man auch noch weiter wegreißen tut gerade dann schade das ist in der wand drin der rest was läuft denn da oh warte mal läuft da etwa ein wildschwein den nehmen wir auf jeden fall mit allein schon wegen dem speck der ist halt sehr wertvoll das sind halt immerhin 15 prozent halt das ist eine menge äh knochen lassen wir erstmal da brauchen wir nicht unbedingt bekommen wir oft genug da hinten ist eine höhle also nochmal vielen vielen dank nochmal für den kommentar dass mir jemand geschrieben hat dass die büffel friedlich sind und nicht aggressiv das wusste ich vorher auch nicht aber ich bin ja schon öfters mal am büffel sag ich mal irgendwie relativ nah vorbeigelaufen da ist bisher eigentlich nie was passiert deswegen hätte man sich eigentlich schon fast denken können warte mal äh mal kurz markieren alles klar das ist da ist die höhle also für später halt für mich dann dann oh das ist ein bär aber wir sind halt so schnell ja da ist auch schon auch wieder fast weg merkt uns gar nicht so schnell aber so schnell kann es gehen das ist halt das problem mit den bären die tun sich vorher nicht äh nicht melken sag ich jetzt mal das ist aber ganz schön da hier ist nix da Portion hier ist nix 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 Ich glaube, hier geht es in die Arktis rein. Der Weg hier, glaube ich, ist das. Und hier, ja, hier sieht man auch den Schnee. Hier geht das, glaube ich, auch irgendwo rein. Da gehen wir ja auch später noch hin. Und ich habe mir auch mal... Ähm, den... Ah, nee, hier kann man das gar nicht sehen. Aber hier kann man sehen. Das Gerät mir auch geholt. Und das Netzwerk-Sender. Äh, um Aufträge anzunehmen zu können. Weil damit sollten wir jetzt auch mal beginnen. Um mal... Weil mit Sicherheit bekommt man dafür XP. Und das bestimmt nicht wenig. Und das wird uns extrem einen Boost geben. Mit einem Level. Ja, dadurch, dass ich in meinen Karten mit dem Holz nichts mache. Weil ich habe ja mein Level... Einen großen Teil davon. Von dem Level habe ich ja immer... Äh, durch Holzverarbeitung bekommen. Geht auch ziemlich gut, muss man sagen. Also, Bäume gibt es genug. Und... Und... Verarbeitung geht auch relativ zügig. Gerade wenn man auch jetzt eine Eisenachs hat, dann sowieso. Geht das alles schneller. Ich glaube, das ist ein Bär könnte sein. Bin mir aber nicht sicher. Oh, hier ist noch? Nein. Oder? Nee, da nicht. Was er fährt. Okay. Und stimmt. Das wollte ich halt in dieser Folge auch mal machen. Wenn wir es schaffen sollten. Ähm... Einen guten Platz schon mal zu spotten. Und zu gucken, wo könnten wir denn... Unser schönes Zuhause bauen. Hier ist halt wunderschön, ne? Wasserfall sieht immer schön aus. Wo Wasser ist, finde ich auch sowieso angenehm. Ich mag Wasser. Oder Panorama-Aussicht. Ist halt auch schön. Man kann ja auch da oben was bauen halt. So ist es ja nicht. Man kann ja auch da oben was bauen. Dann müssten wir halt nochmal da hin. Hier ist auf, wirklich. Ich muss sagen, ich habe vorher die Map ein wenig kritisiert. Aber ich nehme es wieder zurück. Es hat schon... Außer eine schönen Ecken. Muss man einfach ganz klar sagen. Ist wirklich schön. Was? Wechsel mal. Er hat's eh nicht Kraft gemacht. Eigentlich hätte ich den auch umbringen können, ne? Ich glaube, das werde ich auch mal machen. Aber es war ein Wildschwein. Wildschweine sind schon... Find man jetzt nicht ständig. Muss man sagen. Und jetzt werden wir... Es ist ja natürlich weg. Ne, warte mal. Ne, das ist... Da ist ein Wildschwein. Da. Den Speck will ich haben. Den Speck. Hm. Okay, dann schnell weg hier wieder. Wölfe kommen. Auch wenn die jetzt nicht wirklich nach Gefahr sind. Das Tier ist sogar so schnell. Sogar... Äh... Das mit dem... Bild hinterherkommen... Verschwierigkeiten hat. Ah, hier ist auch wunderschön. Mein Gott, ich hänge. Ah, okay. Das geht wieder. Also das hier, das Tier ist wirklich vor allem für Erkunden. Oder für weitere Reißen ist das sehr gut. Sieht schon sehr toll aus, ne? Da sind die nächsten Wasserfelder. Ja, hab ich mir schon fast gehört. Achso, hier oben ist dann Endstation. Ja. 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 Das heißt also, wir werden da gar nicht hochkommen. Wenn wir es nicht auf normale Art und Weise. Okay. Aber man kann sich da... Also ich werde es mir jetzt erstmal so ein bisschen erkunden, schauen. Und ich werde mir mit Sicherheit das Video nochmal später mir angucken. Und vielleicht finde ich doch die eine andere Ecke, wo ich sage, ja, das ist hier auch schön zu bauen. Und man sagen muss, sie ist schon schön, ja. Es muss halt nur halt, sag ich mal, relativ flach sein. Nicht komplett. Weil wir bauen sowieso halt eine Fläche mit Stein. Das sind aber alles Flüsse, ne? Das sind so ein See oder sowas, wo ein Fluss hinein mündet. Gibt es, glaube ich, hier nicht. Boah, hier ist auch wirklich schön, ne? Das sieht so geil aus. Boah, hier ist auch schon. Boah, ich gehe mal davon aus, dass das Tier hier nicht viel aushält, ne? Also, glaube ich, von Schlägen her, glaube ich, ist es sehr empfindlich, vermute ich mal. Es muss ja auch irgendwo Nachteile geben. Bei der Geschwindigkeit halt, ne? Dafür ist er halt sehr schnell. Ja, was war denn das eben gerade gewesen? Kann das mir einer abklären? Hey, ach so, jetzt weiß ich, was ist das? Ach so, ein Teil ist das hier, ne? So, ne? Ah, mir liegt es auf der Zunge, wie es heißt. Wäre viel schöner, wenn hier Wasser noch drumherum wäre, so, ne? So schönes, klares, weißes, äh, weißes, blaues Wasser. So hellblau, kurkis. Ja, schon mal auf, ähm... Wie heißt's, äh... Uh... Ich weiß nicht, was das war gerade, aber ich will auch gerade nicht hinter mir gucken. War das ein Bär oder ein Wolf? Ich glaube eher, das war ein Bär, ne? Das hat sich zumindest sehr tief angehört, die Stimme. Ne, ein Wolf ist da hinten. Ach, das war ein Wolf, na dann. Ja, was wollte ich jetzt sagen, ähm... Wegen blaues, turkis Wasser. Äh... Wie heißt denn die Insel noch mal? Mauritius, genau. Äh... Da war ich halt schon mal gewesen und... Wirklich wunderschön, die Ecke. Kann ich nur jedem empfehlen, da mal Urlaub zu machen. Ich war da mal gewesen, wo Silvester... Also zu Silvester-Zeit war das gewesen. Das ist einfach Bombe, ne? Was sieht der Veranstalten und so? Das Hotel, alles... Holy shit. Aber man muss sagen, ich hab da auch wirklich einiges reingebotert, ne? Das war halt ein Vier-Sterne-Hotel gewesen. Oder wenn man das als Hotel... Also ist natürlich ein Hotel, aber... Wie nennt man das so? Das sind jetzt keine, ne? Das sind keine riesen Gebäude oder so. Das sind alles kleine... Eine-Etage-Gebäude sind das. Also wirklich wunderschön. Das Ganze. Die Menschen sind auch mega nett, da. Aber gut, das ist ja auch... Ist ja auch klar, ne? Die... Die verdienen halt durch den Tourismus natürlich auch eine Menge Geld. Lebensunterhalt. Ja, das ist halt... Die Insel ist ja neben... Madad... 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 Ne, Madad... Ne, warte mal. Wie heißen die andere daneben? Also sind schon mehrere Kilometer noch entfernt. Das ist aber unten... Bei Afrika ist das Ganze die Ecke da hinten. Ich weiß aber nicht, wer zu... Madad... Madad... Das... Ne, wie heiß sind die? Na, auf jeden Fall so eine andere Insel ist das. Aber das ist eine ganz große. Also wirklich eine sehr große Insel. Und dann kommt Afrika direkt einige Kilometer danach. Ich glaube, wir sind noch nicht mal so weit... So weit ist das, glaube ich, gar nicht mehr dann entfernt. Danach kommt Afrika schon. Ja. Und da auf jeden Fall halt da ist halt wirklich das Wasser... Wirklich ist blau. Wirklich. Das sieht so klar und sauber aus, dass du am liebsten sofort das trinken willst. So klar und sauber sieht das aus. Das ist der Wahnsinn. Das ist schon ziemlich krass da. Ja. Aber ist auch schon mal beide her. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt schon her ist. Sind aber auch schon... Ja. Ich... Doch über 10 Jahre sind... Ja, doch. Wir müssen um die 10 Jahre schon über 10 Jahre her sein. doch noch... Ja. Wir müssen natürlich nicht unbedingt... Am Wasser uns spawnen. Aber... Wasser sieht halt immer schöner aus, finde ich halt. Es... Sieht halt einfach schöner aus. Oh shit, Alter. Wir sind wirklich ziemlich weit entfernt. Da ist... Das Zuhause von uns. Hier ist jetzt alles relativ eine Ebene. Äh, also Ebene. Also... Keine Flüsse mehr. Hier sind aber auch wenig Höhle, ne? Oder sind wir an irgendeiner Höhle vorbeigeritten? Wahrscheinlich sind die nicht immer direkt... An der... An Rande der Map. Ich glaube, die sind auch teilweise hier so etwas versteckelt, ne? Die eine war ja auch hier hinten drin gewesen. Und geht hier rein. Und das kann ich mir auch gut vorstellen, dass hier wahrscheinlich auch irgendwo Wages sind. Die nicht unbedingt direkt am Rande sind. Wir sollten mal Sauerstoff mal einfüllen. Was essen sollten wir. Und auch was trinken. So. Geht uns wieder gut. Oh, hier ist viel Salz. Wie haben wir denn? 107... Ja. Reicht eigentlich erstmal aus. Vollkommen. Brauchen wir gerade nicht mehr. Muss nicht immer übertreiben. Wir haben unsere Hauptbase noch gar nicht gebaut. Sieht auch schön aus. Aber es gibt mit Sicherheit schönere Ecken. Da geht's wahrscheinlich... Ich glaube ich hinten war Wüstenregion oder Schneeregion. Bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube Schneeregion ist, glaube ich, da hinten. Die andere Ecke. Bin mir aber da... Nee. Oder... Ach, keine Ahnung. Könnte sein. Boah, der ist wirklich schnell, ne? Das Reit hier. Das ist der Wahnsinn. Hier unten könnte noch Höhle sein. Vielleicht. Vielleicht hier irgendwo. Kann ich mir gut vorstellen, dass es hier in der Höhle ist. Irgendwo. Wahrscheinlich hier unten vielleicht. Ist mir aber ein bisschen zu steil, das Ganze. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir später mal wirklich eine sehr stabile Brücke hier rüber bauen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Je nachdem halt. Also so, dann braucht man halt nicht immer so direkt drumherum laufen. Dann kann man auch... Äh... Leichter hier überall durchlaufen halt, ne? Nur leider kann man sich halt keine Wege markieren oder sowas. Aber vielleicht kann man so... So irgendwie... So wie Fahnen oder sowas halt, ne? Dass es markiert ist. Dann kann man sich wie einen Weg markieren. Man weiß, okay, da sind die Brücken. Da können wir immer überlaufen. Dann haben wir ja so, sag ich mal, ein bisschen verkürzte Wege. Sieht auch schön aus. Aber ist noch nicht so das, was ich mir so vorstelle. So richtig. Laufen wir hier langsam runter, langsam. Sehr schön. Was bist du denn da hin? Achso, da ist ein... So ein Steinbock oder... Na, keine Ahnung. Also kein Steinbock oder... Sowas ähnliches. Gut. Äh, Gabelbock. Ach doch, da ist ein Bock. Ach. Ist doch bewusst. Nein, ich wusste es nicht, aber... Egal. Also höhlenmäßig ist jetzt hier nicht gerade... viel los, muss man sagen. Aber ist mal schön, die Maps sich mal ein bisschen anzugucken. Dass man eine gewisse Vorstellung mal hat, wie sie überhaupt aussieht. Oh, das sieht aus. Das sieht auch sehr geil aus, ne? Oh, no. Oh, no. Der Sturm geht los. Wir können jetzt... Es gibt zwei Möglichkeiten. Wir laufen jetzt wieder zurück. So schnell wie möglich. Was kein Problem wäre eigentlich. Oder... Wir tun uns hier irgendwo... in so einen Stein reinhämmern. Aber ich glaube... wir laufen lieber zurück. Wenn ich das jemals schaffen sollte. Ich weiß noch nicht mal gerade, wo ich bin. Also wir müssten da... entlang, hier lang... und wahrscheinlich hier entlang rum. Boah, Alter. Ja, da ist ein Weg, Alter. Oh, shit. Ich weiß nicht. Oh, nein. Das hier... Oh, da ist ein Bär gewesen. Wer war da? Hallo, Bärchen. Oh, nein. Sauerstoff. Das ist nicht gut. Rute ich schnell aus. Schnell, 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 schnell. Rute ich aus. Rute ich aus. Rute ich aus. Rute ich aus. Oh, nein. Jetzt kommt der Nächste, ne? So, dein Akten noch so. Okay, das Wort wohl gerade nix... mit zurücklaufen. Wie machen wir das jetzt? Ich glaube, das Tier ist es egal anscheinend, vermute ich mal. Die Höhle finden wir gerade auch aktuell nicht so schnell. Ich muss mal ein bisschen leere an dem Mikro, sonst hört hier gleich gar nix mehr. Oh ja, jetzt geht's los. Jetzt wird's richtig wild hier. Das wäre jetzt natürlich geil, wenn wir eine Höhle finden würden. Und wir haben eine Höhle gefunden. Ich bleib mal hier stehen. schön da stehen klein er weiß dass von einer komischen höhle muss rein kriegen okay also mal ganz ehrlich entwickler das ist so nicht euer ernst oder das ist eine höhle ist das hier die aber irgendwie keine wirkliche höhle ist es wird auch noch nicht mal markiert als höhle das ist der crazy sind den ihr stört das anscheinend nicht hier tut es auch weg laufen mal tieferein der hoffnung es ist wirklich leicht ob man doch es geht weg das wenn ich mich hier rein verstecken es geht weg alles klar ok da kann auch schon mal was klingt das sehr gut hier das wetter ist aber eh gleich vorbei das ist hier hinten ist das hier muss ich noch mal merken und hier gibt es wirklich fack gegen viele ressourcen das ist wirklich viel das ist wirklich facken und wir haben gerade sehr wenig gewicht das sehr gut wir brauchen unbedingt kohle noch mal Eisen und Kupfer Und wir brauchen ja das war jetzt aber auf viel glück gewesen das wird dass wir diese hülle gefunden haben das wird diese höhle gefunden haben Das war viel, viel Glück gewesen. Hier sind auch keine Würmer, nix noch. Das sind keine Feinde, gar nix einfach. Und es regnet einfach in der Höhle rein. Das ist ein Wunder, ist das. Ein Wunder ist das. Titan. Und Titan ist unter der Map. Ich würde mal sagen, dass es nicht per Hand hier gemacht. Ich würde sogar so weit davon ausgehen, dass es wahrscheinlich mit einem Generator gemacht worden ist. Also generiert die Map teilweise sogar. Und dann wurde wahrscheinlich nochmal das eine oder andere mit der Hand nochmal bearbeitet. Und das war es dann auch schon. Man merkt schon so einige Ecken, wo Ressourcen halt auch manchmal eigentlich komplett, ja wie hier halt, eine Blödsinn ist eigentlich mit dem Platz hier. Das würde normalerweise jemandem auffallen, wenn man selbst das machen würde. Achso, du kannst wieder mitlaufen, ne. So, Gold brauchen wir keins davon erstmals. Eisen, 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 Eisen. Wir brauchen einen schon sehr viel Eis, ne. Ich glaube, hier nehmen wir da alles mit an Eisen, was wir jetzt mal mitnehmen können. Kohlen, wie viel haben wir davon? 1,41. Ja. Achso, was ich mal fragen wollte, ne. Die Ressourcen, die werden ja für immer weg sein, ne. Zum Beispiel, wenn ich jetzt diese Höhle komplett entleere, sag ich jetzt mal, ne. Komplett abbaue alles. Dann werden ja die Ressourcen nicht mehr wiederkommen, ne. Die sind dann weg. Abgebaut und das war's. Sehe ich mal von aus, oder? Sehe ich das richtig? Ja, das war gerade eine Frage gewesen. Das wäre wirklich sehr, sehr nett, wenn das einer beantworten könnte. Natürlich könnte ich das auch einfach Google nehmen und einfach eingeben. I don't know. Da habe ich aber gerade keinen Bock und ich werde es mir sowieso nicht merken. Ich werde es dann wieder vergessen. So, das wird man da rein machen. Dann trägt er auch ein bisschen. Später haben wir 16.30 Uhr. Ich glaube, wir sollten nach Hause gehen. Nachts rumzureiten ist nicht gerade geil. So, nehmen wir mal den hier mit und den Rest nehmen wir dann, ähm, Kohle. So, glaube ich. Ah, wir hätten hier Speck mitnehmen können. Die Schonk. Das hat jetzt gar mal einiges verpeilt jetzt gerade an XP. Achso, Kupfer wollte ich auch mitnehmen. Ja, dann nehme ich mir mal Kupfer mit nochmal. Ne, warte mal. Kupfer habe ich doch ein bisschen mitgenommen. Ja, aber auch nicht viel. Habe doch nochmal ein bisschen Kupfer mit. Kupfer. Okay. Wofür haben wir noch? Hm. Ne, ne, lohnt sich nicht mehr. Na, jetzt noch. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal raus hier. Da hin geht es auch noch weiter, ne? Wahnsinn. Warte, die Ecke werden wir uns definitiv uns merken. Wollen wir mal ganz kurz schauen. Ja, das ist die Ecke. Okay. So. Werde ich mir auf jeden Fall mal auf der Karte, auf meiner anderen Karte, die ich runtergeladen habe, da eine Markierung machen. Dann weiß ich Bescheid. Na gut, wir haben jetzt halt keinen Platz gefunden, wo wir unsere schönes Base bauen. Aber, wir haben trotzdem einiges erkundet. Wir haben einiges gesehen. Wir haben Ressourcen abgebaut. Einen Sturm erlebt. Das will immer mehr. Oh, scheiße. Wir laufen, glaube ich, verkehrt. Oder, ah ne, das geht einmal rum, ne? Ne, wir müssen so rumlaufen. Aber dann müssen wir auch irgendwie hier hoch, glaube ich. Ne, das bringt auch nichts. Wir müssen eigentlich hier irgendwie lang. Aber hier geht es nicht lang. Scheiße, hier ist der Weg zu. Kommen wir eigentlich wieder zurück, ja, ne? Ja doch, hier lang, hier lang. Zack, zack. Doch, zurück kommen wir schon. Nur halt extrem komplizierten Umweg. Na komm, dann laufen wir anders hier rum. Dann gehen wir risky. Das wird jetzt nochmal spannend werden. Der Weg zurück. In ein unbekanntes Gebiet. Voller wilde Tiere. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, dass das wirklich eine gute Idee ist. Es wird gleich dunkel. Wir sind da nahe nix mehr. Die Fackel wird auch nicht mal lange mitmachen. Ich mach die mal aus. Ich hab sie vergessen auszumachen. Ah, das sieht nicht gut aus hier hinten. Warte mal, wir können oben lang. Oh, da ist noch eine Höhle. Merken. Das waren jetzt drei Stück noch. Muss ich mir mal merken. Drei Stück. Drei, drei, drei. Drei Höhlen entdeckt. Na, springen ist er ganz gut, muss man sagen. Springen ist er schon ziemlich gut. Ich hab da eh keine Chance, Alter. Ich hab ein Lambo, hab ich. Schon bin ich weg. Lambo. Na, so einer Minimap wäre schön, ne? Die nicht ständig auf und zu machen. Das wäre schön. Okay, wir laufen oben lang. Jetzt wieder ein bisschen ausruhen. Es sind immer genug Ressourcen haben, wenn man wirklich mal irgendwo aus der Ecke was herausspringt. Ach, hier ist auch nicht schlecht, ne? Das sieht auch schön aus, so. Aber Wir müssen mich hier lang. Dann müssen wir, okay, da Laufen noch an Rande des Berges. Hm. Gut, ich aus. Schneller, schneller, schneller. Wirklich schön, die Map, eigentlich, ne? Also hier gefällt's mir richtig gut. Bin wirklich gespannt auf die DLCs, die ich dann irgendwann mal auch mal spielen werde. Das steht definitiv fest, also. Da könnt ihr einen drauf lassen. Das werde ich definitiv machen, die DLCs zu spielen. Weil das Spiel macht mir wirklich unglaublich viel Spaß. Halt. Muss halt nur immer gucken, wie ich das mit dem Plan zeitmäßig alles mache. Dass das alles passend tut. Boah, hier ist auch schön, ne? Holy moly. Was ist das denn da unten? Ah, das ist ein Fluss, okay. Äh, ein See. Hier ist ein See. Also, ja, eigentlich ist es ein Augenfluss. Nur halt eine große Mündung. Schon ziemlich crazy gebaut, ne? Die Map eigentlich. Das ist mit den ganzen Mündungen an Flüssen. Boah, hier ist auch schön. Boah, hier könnte ich mir auch gut vorstellen. Oh, 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 meine Güte, ist das schön. Gut, der Berg ist jetzt nicht gerade der hübscheste. Aber trotzdem ist das schon sehr schön hier. Habe ich das schon erwähnt. Okay, wir müssen, eigentlich könnten wir hier rüber. Das ist die andere Ecke. Da hinten. Gehen wir hier entlang. Wir laufen direkt drüber. Auf die andere Seite gleich, wo wir hin müssen. Und dann sind wir auch schon da. Haben sogar, vielleicht schaffen wir es noch. Ah, ne, ah, ne, ich glaube nicht. Der Sonnenuntergang beginnt ja schon. Wir werden wahrscheinlich mitten in der Nacht. Also, die Nacht wird jetzt eh kommen. Ich glaube, das war ein Büffel gewesen. So welche Geräusche machen. So, jetzt müssen wir. Ja. Boah, hier ist wirklich schön, ne. Das ist Wahnsinn. Ja, das mit dem Spot, da muss ich mal schauen. Das ist da wirklich eine schöne Ecke. Ich will nicht einfach irgendwo hin platzieren und sagen, so, jetzt bauen wir hier fertig, Punkt. Weil dann ärgere ich mich irgendwann mal. Wenn es mir nicht so wirklich gefällt. Deswegen. So, hier lang. Ich mache mal die Fackel an. Oh, die knapeln nicht wirklich so viel. Dann seht ihr, es muss einen kleinen Ticken. Aber ich finde, es blendet noch ein bisschen. Ja, doch. Es blendet. An dem Bäum blendet es mich zu sehr. Ob das ist. Ich glaube, das ist ein Bär. Bin mir aber nicht sicher. Mal kurz ausruhen ein bisschen. Ein Hase. Macht auch so eine Nachtwanderung. Oh nein, jetzt geht die Gruselmusik auch noch an. Holy shit, guck mal, wo wir gerade runtergerannt sind. Einfach. So, jetzt wieder ein bisschen ausruhen. Wenn wir wieder voll sind. Bevor uns nur irgendwo. Hier. Wir müssen da lang etwas mehr. Was ist denn eigentlich das hier? Das sieht crazy aus, ne? Sieht ein bisschen crazy aus. So, es sollte eigentlich ein Felsen sein. Und kein Raumschiff. Okay, wir müssen hier durchlaufen. Boah, ich sehe gerade nichts, alter. Nichts, ne? Jetzt sehe ich wieder was. Ich hänge. Ah nein, was ist denn jetzt los? Was ist jetzt hier los? Sag mir bitte nicht. Wart mal. Hier ist ein gestürzter Baum, der mich blockiert. Ja, warte, ich hasse das noch. Verschwinde. Drecksbaum. Alter, ich bin wirklich reingelaufen und dann klebt ich auf einmal da. Ich bin da gerade nicht mehr weggekommen. Das ist richtig ärgerlich. Wenn du in der Hektik und du willst wegrennen, auf einmal kommt so ein Schnittbaum, der umgekippt ist irgendwo. Und der blockiert dich und du hängst oder flitscht irgendwie da dran. Und kommst nicht mehr weg. Das ist richtig ärgerlich. Mein Gott, was ist das für ein Tier? Ich glaube, das müsste ein MDA sein. Okay, jetzt nur noch eigentlich da und da lang. Oder müsste man eigentlich da sein fast? Boah, ich sehe nichts mehr. Ich glaube, ihr seht ja noch weniger als wie ich. Und ich sehe schon extrem wenig. Okay, da ist er mal. Also eigentlich nur noch hier entlang. Und da lang. Ein Hirsch, das ist nichts Schlimmes. Ja, wir sind fast da. Ach, das ist halt das Gehänge an Ästen und dies und das. Das sind so Kleinigkeiten, da... Ich kann verstehen, das ist ein kleines Studio. Sie müssen sich auch irgendwie finanzieren. Und sie haben halt nicht viel Geld. I don't know, verstehe ich auch irgendwie. Aber... Trotzdem war ich nicht. Das Spiel hat schon wirklich seine harten Kanten, die manchmal einen wirklich derbe in die Magengrube reinjagt. Wirklich, also das ist schon manchmal sehr krass. Da muss man wirklich... Eigentlich beide Augen zumachen. Sonst ärgert man sich zu oft. Bei diesem Game. Das ist einfach so. Wie schon gesagt, es macht Spaß. Aber... Es tut manchmal so an ein paar Ecken einfach schon manchmal richtig abkotzend. Manchmal ist es schon sehr extrem. So, MDR. Komm mal hier. Ja, perfekt. Okay, drück ich es rein. Ja, ja. Mach ruhig. Zu, zu, zu. Dass jetzt nicht auf einmal ein Bär plötzlich kommt. Oh ja, hat richtig Hunger, Alter. Ui, was ist denn da draußen? Okay, das Eisen tun wir später uns holen. So. Machen wir was trinken. Und rein hier in die gute Hütte. Ah, wir sind da, Leute, Alter. So, ich würde auch sagen, ich wollte eigentlich schon viel früher auf Schluss machen. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.